Wohin bist denn du hin? Ich bin in die Lobby rein. Äh, ach ja, stimmt, Slash Hub. So, was für ein Lobby bist denn du jetzt? Da gibt's noch ein Lobby. Die rechts, äh, rechte Tafel, zweite von rechts oben. Rechte Ta... äh, was? Rechte Tafel, Schild rechts, zweite von rechts oben. Oh, jetzt bin ich in der richtigen Lobby drin, super. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Smash mit dem GXD Gamer. Hallo. So, dann, wir spielen auf meiner Lieblings-Map, nämlich der Beatbox. Und der kann es scheinbar nicht abwarten. So, und es ist auch schon... Hey, ist noch einer gejoint. Ja. Lass nicht teamen, das ist, finde ich nämlich... Ja, wollte ich doch nicht. Ah ja, jetzt erstmal kloppen. Ja, bin dann schon richtig. So, hoffentlich finde ich hier irgendwo Items. Ey, mein Schwert. Du sollst mir nicht mein Schwert klauen, du Arschloch. Klaut ihr ne Bottle, was soll ich damit? Ganz im Ernst. Yay. Nein, er hat den... Ich wollte das TNT. Fuck. Oh. Ey, Captain Shotbo. Oh. Fuck. Komm, nee. Oh, nö. Ihr schnappt euch all meine Items. Und mein Handy rappelt mal wieder. Ist ja klar. Hast du 200%? Ja. Ich hab den Smasher gehauen. Och nö. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Ich mag den Smasher. Lass mich doch. Ja. Ich krieg nie Items. Ich krieg mal nur so Schrott-Items. Ja, ich darf doch wohl einen Smasher benutzen, ey. Kannst mir das doch nicht verbieten. Doch, ich kann dir alles verbieten. Nein. Ey. Oh ja, Essen. Okay, jetzt. Ich find das nur so blöd, wenn ihr alle noch unter 200 habt. Und ich dann direkt 200, nämlich dann schön weit fliegen kann und so. Ja. Oh, verdammt. Jetzt bin ich in dieses Singularity-Grenade reingeflogen. Oh, Mann, war das knapp. Jetzt hab ich nicht mehr ins Shotbo. Du musst damit aber auch treffen lernen noch, ne? Ja. Leider. Meine Braille-Skills sind jetzt... Das war's closed. Ja. Hey. Ja. Endlich leckt das hier mal nicht. Bei meiner 3K-Leitung hat das immer nur geleckt. Ja. Oh, Mann. Hey. Lass mich in Ruhe. Ja. Da heckt er sich einfach durchs... durchs Leben. Ich hecke nicht. Nein, 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 nein. Das soll ich dir jetzt glauben? Nein, nein, nein. Ich hecke wirklich nicht. Ja, flieg in die Frack-Renade rein. Ja, ich bin vollkommen aus meinem Leben gekickt worden. Sehr gut. Ja. Hey, jetzt müssen wir nur noch Lars aus seinem Leben kicken. Oh, und ich bin auch weg. Genau so. Und er hat einfach eine Suppe, der Arsch. Tja, da hat er uns volle Suppe abgezockt. Habe ich hier oben? Alter, da geht aber auch nur auf mich, ne? Tja. Hat er Angst vor mir. Aber wenn er ein Feigling ist, ist sein Pech. Hey, meine Suppe, meine Suppe. Haha. Verdammt. Scheiße. Nein. Tja. Hat dir die Suppe ja als richtig viel genützt. Ja. Läuft. Tee, tee. Wow, bin ich geflogen. Ja. Oh, ich habe eine Suppe. Du und deine Suppen hier. Ja, lass mich doch. Ich mag Suppen. Wow, 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 wow. Nein, du sollst jetzt weggehen. Nein, nee. Ich will leben. Ich bin der Hauptdarsteller dieser Show. Weil das ist mein YouTube-Kanal. Nein. Wow, wow. Lass mich in Ruhe, du Arsch. Ich mag dich nicht. Tja. So, kann ich jetzt endlich mal wieder Double-Jumpen? Ja. So. Friss Monster. Hoffentlich ist es jetzt ein gutes Monster und nicht irgendwie so ein Schaf oder Riesensaft. Nein, ich will nicht wegfliegen. Doch, möchtest du? Nein, ich will nicht wegfliegen. Warum bin ich jetzt so langsam? Hä? Wow. Nein, ich fliege jetzt nicht in dieses Rieseloch. Hä? Kannst du mal aufhören, mich hier abzufackeln? Nö. Oh. Oh. Gut, damit hätte ich dich schon mal ausgenockt. Das ist schon mal supi. Dann. Wo ist Erise und Thorks? Komm her. Das war unfair. Ich habe mich an der Nase gekratzt. Oh, du musst jetzt mal besser Timing lernen. Ach, Mann. Schau. Schau. Oh. Und irgendwas hat mich in die Luft gesprengt und damit bin ich zweit haben. Sollen wir noch eine Runde spielen? Ja. Ist doch viel zu kurz jetzt. Ja, ist so. Aber, Alter, das hier hat jetzt endlich mal wieder richtig Spaß gemacht. Endlich mal leckfrei hier. Das hat früher immer nur geleckt. Schnell hat sich die 100k-Leitung gelohnt. So. Ich möchte gerne in das Two-Player-Lobby, dass wir gegeneinander wirklich mal zocken. Wir kommen gerne rein. So, wir sind jetzt auch schon in Runde Nummer 2. Diesmal alleine. Hoffentlich. Wir wollen es hoffen. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Ja. Wie oft denn noch? Das funktioniert doch nicht. Lass mich in Ruhe. Wo hat das geleckt? Ja. Schalala. Ja. Und los geht's. Hey. Ich hab ne Suppe. Die bringt dir jetzt so wahnsinnig viel. Ja. Mit 4%. Ey. Ich hau dich kaputt. Ja. Suppe ist auch das effektivste Werkzeug dafür. Na ja. 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 Friss Singularity Grenade. Nein. Oh. Nee. Das ist... Warum komm ich da nicht mehr rau? Ja. Als ob ich erstmal so weit fliege. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Wieso gehst du auch rein in deine eigene... Ja. Ich hab dich da reingeschubst, Alter. Nicht? Er springt immer erst in seine eigenen Bombe rein, bevor er mich reinschubst. Oder versucht es zumindest. Ja. Genau. Das ist deine Strategie, Lars. Was? Ey. Erst dich selber reinschubsen und dann versuchen mich... Oder erst versuchen mich reinzustupsen und dann erstmal selber reinspringen. Nein. Das ist alles nur Pech. Nein? Das ist deine Strategie. Ich seh's schon. Nein. Meine Strategie ist vor allem eins. Meistens bei Smash irgendwie nur rumhopsen und fressen. Das ist ja auch keine Strategie. Ich warte noch. Ich brauche meine 100%, damit ich mal die Suppe aktivieren kann, damit ich... Damit ich endlich mal wieder ein neues Item kriege. Ja, also ich finde das jetzt nicht... Nein, du gehst... Nein. Tschüss. Ich bin wenigstens mit 0% gestorben. Das ist jetzt bald wieder grün. Aha. Nein, sterben. Bitte sterben Sie jetzt. Nö, ich hab keinen Bock. Oh, TNT. Und... Oh Mann, diese Abi-Gruppe. Die bimmelt immer nur. Dann schreibt einer eine Nachricht und alle 100 Abi-Landen von unserer Schule werden... Hey, Lars, du bist bei mir einfach in der Luft gestanden, du Arschloch. Ich hab nicht gehackt und ich hab 100k... Hacker! Ich hab 100k-Leitung, kann man nicht an meiner Leitung liegen. Hacker! Ich bin kein Hacker. Doch, bist du. Nein, bin ich nicht. Das schwöre ich auf meinem Kanal. Nö. Ich glaub dir trotzdem nicht. Oh, cool. Du hast immer noch diesen Schwertbogen... Ja, genau, einen Schwertbogen. Das neue Zeichen. Ja, ich... Oh, das... Das wird's auch noch irgendwann geben. Hoppala. Ja. Nö. Warum ist das die Frack-Renade, die da liegt, nicht meine? Das wär irgendwie ein bisschen scheiße. Hehe, hallo. Und was bringt dir jetzt ein Jetpack? Ja, ich kann nicht retten. Wo bist du denn? Hier. Ah, da. So. Hehe, Arschloch. So, Singularity-Renade. Warum sag ich dir eigentlich, was ich hab? Das ist doch eigentlich irgendwie unnötig. Ja, Lars. Das ist deine Strategie. Ich glaub, meine Strategie ist, ich hab keine Strategie. Weg mit dir, du Arsch. Mann, ich will endlich mal... Das frag ich nicht. Ich will endlich mal wieder ein gutes Item finden hier. Tschüss. Alles klar. Ist klar. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Jetzt fliegen sie mal, bitte. Nö, kein Bock. Ach, Arschloch, du hast ja deinen Jetpack. Deinen Jetpack. Nee. Okay. Jetzt bleib hier. Nö. Ich möchte sie töten. Das möchte ich auch nicht, zwangsläufig. Hui. Okay, dann nützt kein Jetpack. Oh Gott, sei Dank. Hallo, 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 hallo. Ich bin viel zu weit geflogen für das Jetpack. Hey. Ja, ich muss sie töten, ansonsten werde ich verlieren. Ja. Das ist katastrophal. Huch. That was closed. Hey. Lars, das ist keine Strategie. Weißt du das? Ich hab keine Strategie und das weißt du auch. Ja, du musst es treffen, wenn ich mich ausgebrannt hab. Tü. Weißt du, er versucht erstmal alles auf einmal zu machen. Na und? Scheinbar mit Erfolg. Sollen wir noch eine Runde spielen? Mach meinetwegen, mach wie du willst. Na komm, dann spielen wir noch eine Runde und dann machen wir mal Aufnahmepause. Halleluja. Ich hab doch gesagt, ich bin voll schlecht geworden. Ja, früher war ich mal andersrum. Da hast du mich immer gewaggt. Oh, das macht einfach nur der Ping aus. Was hast du grad? Du spielst aber auch viel mehr als ich. Ja, Smash jetzt nicht überwiegend Master Builders oder so. Du spielst trotzdem viel mehr Minecraft als ich. Das ist auch wieder wahr. Und wieder ein gutes... Ich hab einen Ping von 24 Millisekunden. Auf Smash. Ja. Gut, weil bei Discord hatte ich vorhin 8 Millisekunden. Okay. Oh, hallo. Hi. Kannst dich aber mal ruhig ankündigen. Äh, nein. Das sollte man bei Smash eher nicht machen. Ah, das hast du aber vorhin die ganze Zeit gemacht. Ja, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Nein. Das wage ich jetzt nicht zu behaupten. Das ist doch mal der Fall. Hast du nicht auch früher mal Smash-Videos gemacht? Äh, paar. Aber sie sind, glaube ich, müssten gelöscht sein. Naja, jetzt wirst du ja auf meinem Kanal wieder mit Smash-Fakt reden. Vielleicht. Vielleicht. Das ist gut, ich werd das hier gleich hochladen. Nee, das wirst du nicht. Und wie willst du mich da dran verhindern? Verhindern? Soll ich dich hacken? Nein, lieber nicht. Ah, siehste. Weg mit dir. Und renn in deinen Bogen rein. Ja. Hallo. 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 Nein. Ich muss mir das Zittern mal abgewöhnen, ey. Warum zitterst du denn? Keine Ahnung. Ich bin aber auch voll verkrampft einfach da. Ah, Shinies Wort. Oh nein. Ich hab über 100%. Das ist nicht gut. Jetzt hau doch nicht ab, du Angsthase, ey. Ich bin kein Angsthase, ich geh nur taktisch vor. Nee, das ist jetzt Angsthase. Komm schon, komm schon. Nein, da war eine Suppe. Ich wollte die Suppe haben. Dann wär ich der Suppen-Ulrich des Jahrtausends gewesen. Was? Der Suppen-Ulrich, weiß ich nicht mehr. Nee, ich möcht's auch nicht mehr wissen. Ja. Hoi. Erstmal fast wieder's treffen lassen. Oh, nö, bin ich jetzt wieder in meine eigene Bombe reingerannt? Ja. Super. Du, er hat's nicht mal gemerkt. Äh? Toll. Komm schon, jetzt. Irgendwie mag ich an dem Spiel, dass sich die Map so zersetzt während des Spiels. Tja. Flieg. Nein. Flieg. Flieg doch selber, du Arsch. Wann bist du jetzt zufrieden? Vielleicht. Ja. Maybe. Immer du und dein Vielleicht, das sagst du immer. Ja, darf ich doch. Du kannst es mir doch nicht einfach verbieten. Ja, hier immer noch mit seinem Schwert hier. Ja, darf ich doch. Du kannst es mir doch nicht einfach verbieten. Das hab ich doch grad eben gesagt. Sagst du mir jetzt, sagst du, sagst du jetzt zu allem, dass du... Ich hab dich einfach gerettet, du Arsch. Danke. 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 Eins. Nein. Da wär der Rocket Launcher gewesen. Und wegen diesem scheiß Rocket Launcher kriegst du mich noch ins Abseits. Ja. Das ist ne Abzocke. Ah. Ich bin grad ein bisschen doof. Bist du das nicht immer? Jetzt werd nicht aggressiv hier. So. Warum bin ich... Oh nö, jetzt bin ich eingefroren. Und brennt gleichzeitig. Wie ist das möglich? Glück gehabt. Wow. Übertreib halt. Ich übertreibe nicht. Ich bin nur ein wenig. Ich bin dadurch, dass ich was nicht zu tun kann. Ich hab nicht in die Worte. Ich bin dadurch. Ich bin zu Ende. Ich bin dadurch, dass ich nicht zu tun kann. Ich bin ertes, aber ich bin der Gäufe nicht zu tun. Ich bin der Gäufe nicht zu tun, sondern auch nicht zu tun. Das war. Ich bin da. Und die ganze Map zerfällt mal wieder. Ja. Und schon wieder irgendwas in der Abi-Gruppe. Lass mich in Ruhe. Nein, was denkst denn du? Du lässt mich in Ruhe. Nein. Und jawohl, diesmal habe ich Haushoch verloren. Und GeilxDigem hat die Runde gewonnen. Ja, ich bring mich selber nur mal in die Luft zum Abschluss. Drei, zwei, eins. Ja, das macht doch so viel Sinn. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wir werden bald bestimmt noch etwas aufnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ach ja, guckt noch bei GeilxDigem mal vorbei.